Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. So, ja, wir sind hier in der Höhle, immer noch. Und wir haben... Ich hab mich so gebaut, na super. So, jetzt aber... Hm, 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 hm. Wir haben... In der letzten Folge... ...haben wir, ähm... ...dieser Spinnen, ne? Ach, die sind... Oh mein Gott, die sind... Das sind giftige. Lol. Sowas gibt's in normalen Minecraft. Ja, wie geil. Da ist ein Spawner, ich wusste es doch. Okay, ich muss ja weg. Oh nein, ich hänge. Jetzt nicht mehr. Ja. Wir müssen das wegmachen, alles. Oh mein Gott. Ach komm. Ah, Mann. Das regt mich auf. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein geiler Dungeon, da kannst du echt gut farmen. Aber, ey, nicht mit dieser Ausrüstung. Das ist, äh, lebensgefährlich. Da unten. Wir müssen da aber jetzt leider runter, ich brauch meine Sachen. Ich wünschte mir manchmal, dass ich echt einen Bogen hätte. Den muss ich mir, glaube ich, mal craften. So. Jetzt war das... Wo lang war das jetzt? Genau hier lang. Hier lang. Und hier lang. Der sind wir auch schon. Da sind auch meine ganzen Sachen wieder. Ich hasse diese Spinnen. Mit zwei Hieben, da sind die kaputt. Da sind die kaputt. Hör auf zu vergiften. Danke. Komm. So, perfekt. Okay, hier unten ist Lava. Ich guck mal, wo ich hier hinkomme. Nee, da geh ich noch nicht lang. Ähm, ja. Wir haben hier noch was gehabt, wo andauernd diese ganzen vielen Zombies herkamen. Ich hasse alles. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Ich denke mal, hier in dieser Höhle werden wir noch einiges am Spaß haben. So. Ähm. Ernsthaft? Ey, bro. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder nach oben. ähm, genau, hier lang. Achso. Ja, klar. Nee, Eisen lasse ich nicht hier. Lasse ich auf keinen Fall hier. Ich weiß gar nicht, war das hier? Hier bin ich auch noch nicht gewesen, ne? Boah, hier sind eindeutig zu viele Gänge, ne? Das ist, ähm... Verstörend. Nee, hier war der Enderman gefangen. Hier auch nicht. Ah, Mist. Wie ging's denn nochmal zurück? Ich hab, das war hier irgendwo. Ah, ich glaub hier, ja, genau, hier war das, glaub ich. Nee. Hä? Ich glaub, ich bin jetzt gerade komplett lost. Kann das sein, dass ich nicht mehr zurückfinde? Äh, nee, da war der Enderman, dann war das hier, glaub ich. Nee, warte mal, ich muss doch ganz kurz überlegen. Hier kam ich zum Dingens. So. Das heißt, es gab hier irgendwo eine... So ein Weg. Wo man dann hier durch... Hier durch nicht, aber hier durch... Genau, und dann hier durch, ja. Das sieht sehr gut aus. Ähm. Ich glaub, hier war's, ja. Hier war's, glaub ich. Doch nicht. Entschuldigung. Hab mich ein bisschen verlaufen. Ah, hier, genau, 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 genau. Hier raus. Genau, jetzt hab ich es wieder. Jetzt hab ich es. Ähm. Das können wir eigentlich mal abhacken. Das ganze Kohle-Dingens hier. So. Ei, 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 ei. Wir haben auf jeden Fall echt gelitten gerade, ne? Es ist auch nachts, seh' ich gerade. Und tschüss. So. So. Also, wir haben echt viel Stuff gefunden. Und verdammt viele Spinnennetze Das ist natürlich die reinste Dingens Und ich kann euch mal ganz kurz erklären Woran ich gemerkt habe, dass man das mit den Schwertern kaputt machen kann Kann ich euch mal ganz kurz erklären Das ist im Endeffekt ganz simpel Ich habe da eigentlich nur logisch nachgedacht Und mir so gedacht, okay Du kriegst das nicht mit die Spitzhacke kaputt Dann versuch es mal ganz einfach mit dem Schwert Weil du kannst ja auch in den Dschungel Kannst du ja auch mit einer Machete Zum Beispiel Die ganzen Äste da weg hauen Darum habe ich mir gedacht, komm Du versuchst es einfach mal mit dem Schwert Ja und war ja auch richtig Dementsprechend So, ja diesmal wird aber wirklich alles eingelagert Bis auf das hier Das hier Meine Güte So Das hier Das hier Das hier So Offiziell müsste ich mal nach meiner zweiten Farm gucken Machen wir jetzt auch mal Die Farm hier wird auch so langsam Ich muss mal wieder gucken, wo die überhaupt war Ist halt immer das Problem halt Weil so einer Ich hab hier oben war die Oder ich tu mich gerade Ja Kätzchen Du musst auch nicht überall reinspringen Ne hier nicht Aber wo war die Da drüben Genau Da drüben war sie So 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 Perfekt Wir könnten eigentlich auch mal wieder ein paar Bären sammeln Weil von denen kann man sich auch gut ernähren Logisch Äh Krieg ich Falschaden Meine Güte Hier könnten wir auch wieder nachgucken So Dann let's go Wieder nach oben Mit dem Brot Da warten wir erstmal Ich möchte erstmal so ein komplettes Steck fertig haben An Getreide würde ich sagen Wir können uns in der Zeit von diesen wundervollen Bären hier Süßbären ernähren Eigentlich auch ganz praktisch Habe ich da eventuell auch noch Nein habe ich nicht Okay So Das da rein Wir müssen so langsam auch mal gucken Dass wir hier Stein bekommen Für die ganzen Mauer Also für die ganze Mauer Also für die ganzen Gebäude Weil das wird sehr riesig Kann ich auch vorne rein sagen Ähm Aber ob wir das noch erweitern Ich denke mal ja Also ich bin mir momentan nicht sicher Ob wir nur erstmal ein Bergfried bauen Also das ist ein Bergfried Ob wir nicht erstmal ein Ähm Dingens bauen sollten Ein Tor Aber ähm Ich möchte halt am liebsten direkt alles bauen Wie gesagt Ich habe sowas noch nie so wirklich gebaut Muss ich halt mal gucken Aber ich kümmere mich jetzt erstmal hier um die Fläche da So So Ernsthaft jetzt Ich hasse alles So Ach das darf doch nicht wahr sein Aber ich muss ehrlich gesagt gestehen Ich weiß echt nicht wie man das bauen soll Ne Mit der Borg Ich habe das wie gesagt Vorher noch nicht so wirklich gemacht Und äh Ich zögere das immer ein bisschen hinaus Weil erstens Wir brauchen dafür sehr sehr viel Stein Ähm Und ja Es wird lange dauern Ja Ich würde sagen Wir bauen erstmal ein Turm Also wirklich einen Und wenn wir dann noch weiter bauen wollen Erweitern wir die Fläche dann erst Ähm Wir Wir würden da auf jeden Fall Einiges Geiles bauen Das steht fest Und das Geile daran ist ja ganz einfach Nur wir sind hier auf dem Berg Also wenn ihr mal genau guckt Wir sind hier ziemlich hoch Ne Das heißt Das heißt wenn ich jetzt zum Beispiel Sagen wir mal Ich gehe jetzt da hinten Da hinten wo der kleine Fleck ist Geht er jetzt hin Dann stelle ich kurz in den Einstellungen Weitsicht ein Dann sehe ich meine Borg auch vom Weiten Das heißt auch da hinten würde ich die Also wir können dann wirklich sehr sehr weit gehen Und wir sehen dann halt auch diesen Turm Ne Das ist halt der Vorteil Naja So Jetzt erstmal wieder Vielen vielen Dank fürs Zuschauen Falls es euch gefallen hat Nicht vergessen meinen Kanal zu abonnieren Glocke aktivieren An der Stelle Vielen vielen Dank nochmal fürs Zuschauen Bis zur nächsten Folge Ciao Ciao